Hallo, ich bin Sherry Heiberg, Archivist bei Cloud Imperium Games. Heute beginnen wir mit dem Galactic Guide, und zwar einem Galactic Guide zum Horus-System, den sie uns jetzt hier sozusagen schön erklärt und visualisiert und mit uns auf der Star Map dorthin reist. Wir werden das Ganze jetzt auf Deutsch für euch übersetzen, damit ihr versteht, worum es in diesem Galactic Guide besonders geht. Das Horus-System wurde im Jahr 2528 von einer damals sehr jungen Entdeckerin, Mary Sante, entdeckt. Diese ist nämlich von zu Hause ausgerissen und hat sich dabei ein Schiff geklaut und das auch später die Horus genannt, mit dem sie dann auf eigene Faust im Weltraum unterwegs sein sollte. Ja, und den Gerüchten nachzufolge soll sie dieses System im Alter von 14 Jahren entdeckt haben. Das ist also sehr, sehr jung und hat von dort aus angefangen, die Planeten, die inneren Planeten, dann die Asteroidengürtel und Schluss und letztendlich auch den äußeren Planeten zu erforschen und ist also auf wirklich viele jungen Jahre auf alleine dort unterwegs gewesen. Das System schien am Anfang nicht sonderlich interessant. Es hatte keine großen Ressourcenversprechen, es lag auch nicht sonderlich spannend. Und als sie dementsprechend das System Entdeckung des Systems meldete, gab es zunächst kein großes Interesse. Dann entdeckte sie jedoch etwas, und zwar das beim Militär großes Interesse entweckte, und zwar den anderen Jump Point. Und zwar einen Jump Point, der nicht in den UEE Space geht, sondern der tatsächlich eine Verbindung zu den Shian herstellt. Und das ist dann als erstes der Rilani Jump Point. Durch den reisen wir jetzt auch durch und landen dementsprechend im Railay-System von den Shian. Ja, und damit wuchs auf jeden Fall das Interesse des Militärs wieder. Denn nun hatte man hier eine Grenze, die bewacht werden wollte. Und insbesondere als es dann anfing, gerade mit dem Kalten Krieg, Das war dann im Jahre 2548. Dort ging es dann so weit, dass das Militär dieses Horus-System komplett zu einer gesperrten Zone erklärte. Also das bedeutet tatsächlich, die wenigen Siedler, die es bis dorthin gab, zwar duldete, aber ihnen auch verbot, durch den Raum zu fliegen. Und das hat ziemlich übel aufgestoßen bei der damaligen Entdeckerin Marie Sante. Die Entdeckerin hat sich also geweigert, das für System zu verlassen und sich auch ein Flugverbot auflegen zu lassen und ist dementsprechend sehr gegen das Militär vorgegangen. Das hat dann auch zu einem Zwischenfall geführt, wo währenddessen ein Navy-Ship, ein unidentifiertes Schiff, aufgeschaltet hat, wobei es sich um ihr Entdeckerschiff handelte. Und dabei gab es dann die Schwierigkeit, dass fast ein internationaler oder insbesondere ein Zwischenfall zwischen den Xi'an und den Menschen ausgelöst worden wäre. Es gab auch sogar ein kleines Gefecht, wobei es keine Verluste gab. Das hat allerdings das Militär so genervt und verärgert, dass sie also großen Druck auf sie ausgeübt haben. Und sie ist dann auch tatsächlich aufgebrochen zu einer Fahrt in den Outer Rim des Systems und ist nicht wieder aufgetaucht, also spurlos verschwunden. Das zieht heutzutage noch Touristen rein in das System, die das entdecken wollen. Genauso wie die Entdeckung des nächsten Jump Points, nämlich den Kaifa Jump Point, ebenfalls in das Xi'an-Gebiet. Sie hatte also Recht, wenn sie sagte, das System enthält noch mehr, als es jetzt so momentan scheint. Die Entdeckerin aber, ja, nach wie vor ist dadurch jetzt ein doch tatsächlich wichtiger Knotenpunkt entstanden, dass mit dem Ende des Kalten Krieges mit den Xi'an, da sich die Beziehungen ja annähern, da gibt es jetzt tatsächlich einen wirklich ökonomischen Nutzen hier, der sich insbesondere auf dem ersten Planeten niederschlägt. Und zwar ist das Serling. Zunächst aber reden wir über den Stern selbst, Horus. Das ist ein M-Klasse Main Sequence Star, eine der verbreitetsten Arten von Sternen in der Galaxie, auch in der wahren Galaxie. Sie sind also sehr, sehr häufig und bieten, wenn sie denn gealtert sind, einen guten Lebensraum oder eine gute Möglichkeit für die Entwicklung von Leben. Der Stern selbst gehört zu den ältesten Arten von Sternen, also die Sterne, die am ältesten werden in der Galaxie. Tatsächlich sagt Jerry hier, dass noch kein Astronom bisher beobachten konnte, wie so ein Stern stirbt, während es bei anderen Arten von Sternen doch häufiger vorkommt, dass das beobachtet wird. Dementsprechend war es auch in der Konzeptionsphase sehr wichtig. Horus gehört zu den frühen Systemen, was konzipiert wurde, einfach weil diese Art von Sternen sehr, sehr bekannt und beziehungsweise auch sehr gut erforscht und in der Galaxie sehr häufig vorhanden ist. Wenn diese Sterne noch jung sind, also in einer Zeit von ungefähr 1,2 Milliarden Jahren, dann sind sie noch sehr gefährlich in ihrer Art. Das bedeutet insbesondere bei dem System Pyro kann man das sehen. Wo es sich ja auch um einen roten Zwerg handelt, der noch in einer frühen Phase ist und dementsprechend sehr viel Strahlung aussendet. Also Strahlungswellen, die es sehr gefährlich machen, sich in dieser Umgebung aufzuhalten. Leben kann sich dort keins entwickeln. Und so gehört Pyro eben auch zu den sehr gefährlichen Gebieten, gerade was die Strahlung angeht. Wenn die Sterne dann aber älter werden und wie jetzt im Horus-System der Sternen sich beruhigen, dann bieten sie sehr gute Überlebenschancen, zumal sie sehr viel kühler sind als unsere Sonne. Etwa halb so heiß nur brennen und dementsprechend für die nächstliegenden Planeten eine gute Umgebung bieten. Und damit gehen wir zum nächsten Planeten, nämlich zu Serling, also dem ersten in der Umlaufbahn um Horus. Der erste Planet im System Serling stellt eine astronomische und auch eine ökonomische Besonderheit im Star Citizen-Universum dar. Dieser Planet ist so nah an der Sonne, also an dem Zentralgestirn dran, dass er tatsächlich eine sehr enge Umlaufbahn vollzieht und von seiner Rotation her auch feststeht, das bedeutet, er ist wie der Mond auch fest an den Stern so gebunden, dass immer eine Seite des Planetens auf den Stern zeigt und die andere, ja, der abgewandt ist. Das heißt, er rotiert nicht in sich. Dies bedeutet auch, dass eine Seite des Planetens, auf der ist immer Tag und auf der anderen Seite ist immer Nacht. Und es gibt tatsächlich nur eine schmale Linie in der Mitte, wo sich Tag und Nacht sozusagen, ja, abwechseln lassen, aber auch nur, indem man die Seite wechselt sozusagen. Man kann also nahtlos immer von der Tages- auf die Nachtseite wechseln. Es ist ein sehr, sehr schmaler Streifen. Und dementsprechend ist es ein sehr, ja, sehr, sehr anspruchsvoller Ort zu wohnen, denn die Seite, die der Sonne ständig zugewandt ist, dort herrschen sehr, sehr viele Stürme. Es ist sehr, sehr heiß. Es gibt halt eine wirklich starke Einstrahlung, während auf der anderen Seite tatsächlich eine Polarregion sich befindet. Also das bedeutet, hier herrscht ewige Nacht und es ist sehr, sehr kalt und dementsprechend, ja, gefroren ist auch alles dort. In dem schmalen Band sozusagen, was den Planeten umgeht, wo es tatsächlich ein akzeptables Klima gibt, herrscht eben immer so eine Art von Dämmerlicht. Und man kann also entweder auf die Tages- oder auf die Nachtseite wandern, um auch einen Tagesrhythmus darzustellen. Und das machen die Bewohner auch von Serling. Die haben tatsächlich ihre Quartiere und ihr Zuhause auf der Nachtseite des schmalen Bandes. Und wenn es dann darum geht, zur Arbeit zu fahren, dann befinden sich die meisten Geschäfte und die meisten Büros auf der Tagesseite. Das heißt, sie fahren sozusagen immer hin und her, um einen Tagesrhythmus zu simulieren, der ja sonst nicht entstehen würde. Und es gibt tatsächlich auch eine Untersuchung, die gerade stattfindet, eine wissenschaftliche, die herausfinden will, wie das die Bewohner beeinflusst und ob es da irgendwelche Arten von Persönlichkeitsveränderungen oder Ähnliches geht. Wenn jemand also von außerhalb kommt, da die Population relativ gering ist, wie sich schon aus dem Art des Planeten erklärt, und versucht, dort Fuß zu fassen, hat er es ziemlich schwierig, in die eingeschworene Gemeinde zu kommen. Und deshalb wechseln wir zum zweiten Planeten, das ist nämlich Horus 2, sehr viel offener als Serling, da, wie gesagt, Serling eine sansbestimmte Art von Völkchen hervorbringt. Horus 2 ist insbesondere für viele Corporation deshalb interessant, weil er ein absoluter Kandidat fürs Terraforming wäre. Der Planet liegt außerhalb der habitablen Zone, also direkt an der Grenze der habitablen Zone, ist also von sich aus noch nicht sehr bewohnbar. Deshalb hat er auch keine Siedlung und hat eben dementsprechend auch keinen eigenen Namen. Aber er wäre ein guter Kandidat, um dort Terraforming zu unternehmen, weshalb die Corporations Druck ausüben, um selbst mehr Platz im Horus-System für den Handel mit den Skiern zu haben. Es ist also in der Zukunft möglich, dass dies passiert. Allerdings ist es tatsächlich fraglich, wie schnell dort gehandelt werden kann, um den Planeten bewohnbar zu machen. Von hier aus geht es dann noch mal weiter in das System. Da geht es jetzt nämlich auch um die Asteroidengürtel und noch mal die Jump Points. Die Asteroidengürtel, die beiden sind sehr weit auseinander gestreckt, das heißt nicht besonders dicht, aber es kann sein, dass man sich dort doch das ein oder andere an Credits verdienen kann, wenn man das Mining benutzt und dann insbesondere den Handel mit den Skiern, auch der dort gefundenen Ressourcen mit einberechnet. Die beiden Jump Points sind, wie gesagt, dort sehr eng dran an dem System. Das bedeutet, man hat sehr gute Möglichkeiten haben, auch den Absatz dort zu finden. Und von dort aus geht es jetzt auf den letzten Planeten zu und das ist Horus 3. Horus 3 nennt Cherry einen Super-Jupiter. Das bedeutet einen Planeten, der die mehrfache Matze unseres Jupiters aus unserem Sternensystem hat. Dieser hier ist ein ganz besonderer, da er sogar die vierfache Matze des Jupiters besitzt, auch ein Gasplanet ist und so fürs Spiel, insbesondere für die Treibstoffgewinnung und das Nachtanken und Auftanken wichtig sein wird. Es wird auch ein paar Missionen geben, die sich da drum drehen, aber ansonsten ist er eben ganz alleine dort draußen und wartet darauf, dass er sozusagen als Tankstation für die Starfarer und ähnliches benutzt wird. So, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart und unserem Voice-Over hier gefolgt seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Episode. Wir hoffen, dass uns Cloud Imperium Gapes bald mit weiteren dieser Episoden ausstattet, um ein paar Sternensysteme und vielleicht auch ein bisschen das eine oder andere aus der Lore zu erfahren. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Channel abonniert, liked oder disliked uns und schreibt uns natürlich gerne in die Kommentare, wie ihr die Episoden fandet und was euch sonst noch gefallen würde. Wenn ihr uns übrigens als Channel unterstützen wollt, also als YouTube Creator, würden wir uns freuen, wenn ihr mal auf unser Patreon-Profil schaut. Da findet ihr vielleicht was, was euch interessiert und gleichzeitig könnt ihr uns so persönlich unterstützen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und see you on the Flight Deck.